Hier noch Kugeln? So, ich kann mal fahren. 40, 46. Gut. Alles auf Passiv. 3, 2, 1 und los! Ich hab ne Kugel abbekommen. Bleib an der Markierung. Steht ihr doch nicht, wenn ich die Jürgen bin. Also im echten Leben würde ich mich auch nicht hier hinsetzen wollen. Ja. Ja. Hab ich dich überhaupt schon mal getrotten? Ja, einmal. Ja, einmal. Das war... So, jetzt ist die ja wohl. Ja, anfeuern. Du bist schon außerhalb des Preises, man. Oha. Alter, das war ein Petscher. Da rein dukt keine Shandler. Ey, da haben wir hier. Ein Flitzer! Ein Flitzer! Ey, durch Spielfeld! Äh, Dido! Ich glaub ich hab ja bei dir ist noch was. Yeah! Und hier guck dich hin, ey! Ich hab dich auf wenig hin. Ich hab dich nicht gesehen. Los Chris, du schaffst das. Sagt einer irgendwas? Oh je! Ja, okay. Wir gehen los in drei, zwei, eins. Ich hab nicht los gesagt, aber mach ruhig. Hehehehehe. Ich muss glaub ich mal wieder... kein Tod mehr. Boah! Headshot, Alter! Ja, los! Haha! Hehehe! Einer war! Bin an den nächsten! Jawoll! Ja! Nein! Was hast du gemacht? Dann warst du einfach los? Toi! Alle weg im Bolz, Alter! So! Schneller als sein Schatten! Hehehe! 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 Hehehe!